Amber Heard lässt sich die Laune nicht verderben. Amber Heard 31 sieht einfach immer umwerfend aus, sogar in einem unförmigen Patientenhemd. Auf einem Instagram-Bild, das sie mit den Worten MRT schick an Krücken, kommentierte, zeigt sich die Schauspielerin in weißen Krankenhausklamotten und mit Gehhilfen. Sexy posiert sie vor einem Spiegel und zieht dabei verführerisch ihr nacktes Bein in die Höhe. Ein brauner Hut auf ihrem Kopf verleiht dem Patienten Selfie ein wenig Extravaganz. Aber was ist eigentlich passiert? Knochenbruch zwingt sie zu krücken Die 31-jährige Ex-Frau von Johnny Depp, 54, hat sich eigenen Angaben zufolge einen Knochenbruch zugezogen. Wo genau, verrät sie allerdings nicht. Eines ist jedoch sicher, ihre gute Laune lässt sich Amber Heard nicht nehmen. Ein weiteres Bild zeigt die Schauspielerin bei einer Dinnerparty inmitten ihrer Freundinnen, die theatralisch die Krücken der 31-Jährigen anhimmeln. Bei so viel Spaß und Freude geht es der sexy Patientin doch vermutlich bald schon wieder besser, spot on news. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.